Der Maschinenhandel Plum geht auf eine alte Maschinenhandelstradition seit 1896 zurück. Insgesamt stehen hier etwa 250 Maschinen auf 2500 Quadratmeter Lagerfläche. Zum Beispiel eine Zyklen-Drehmaschine Böhringer DOS 630 Ti x 2 Meter, die findet man nicht mal eben so, ist halt sehr gesucht, weil interessante Größe und gute Qualität. Unsere Kunden schätzen die Tatsache, dass hier im Lager fast jede Maschine Probe laufen kann. 2006 bin ich im Netz auf das Handelsportal Maschinensucher gestoßen und dachte mir so, wir probieren das mal. Und die Resonanz war sehr positiv. In den letzten zehn Jahren wurde eine Vielzahl von Maschinen erfolgreich über Maschinensucher verkauft. Mein Name ist Andreas Plum. Wir verkaufen und kaufen gebrauchte Werkzeug- und Blechbearbeitungsmaschinen. Unsere Website lautet plum-maschinen.de. Unser Maschinenbestand finden Sie auch auf Maschinensucher. Dann erscheinen